Sag mir jetzt nicht, nein, bitte nicht. Ich hab's mir gedacht. Wir hätten bei der einen Abzahl nochmal abbiegen müssen, weil jetzt klappt das hier wahrscheinlich nicht, wetten. Naja, war klar, jetzt fehlt uns hier das andere Teil, dass wir jetzt alles richtig drehen können. Klasse, ich hab's gewusst. Eigentlich hab ich schon, ich hab's eigentlich schon gewusst, aber warum hab ich nicht wenig einfach hergefahren? Ich mein, warum sollten sie eine Abzweihung nachher machen, wenn die einem nichts bringen würde, ne? Wäre ja blöd. Okay, machen wir uns nochmal zurück. Oh, ist jetzt tot. Stark. Gut eingepackt, würde ich sagen. So, zurückwärts, bis vorwärts und weiter geht's. Okay, und... Hopp! Jawoll. So, hier war die Abzweihung. Jetzt müssen wir hier rechts wahrscheinlich dann erstmal rein. Okay. Sollen wir nochmal gucken, was es hier schönes gibt. Muss ja irgendwie das andere Teil hier sein. Oha. Na, klasse, da sind schon wieder... Oh Gott, ist das groß. Ah, okay. Ich lasse die einfach erstmal kämpfen. Bevor ich mich da mit beiden rumschlage, ähm... Lass ich die erstmal ein bisschen machen. Okay. So, und hier war noch... Oh Gott. so mein freund das war es erstmal für dich ok ich weiß zwar immer noch nicht was hier los ist aber es ist auf jeden fall nichts gutes irgendwie ist ja klar dass irgendwie immer alle leute so so wunderschöne relikte haben wollen ich meine es auf sich ist ja auch klar jeder will macht macht also vielleicht nicht unbedingt jeder aber viele das war glaube ich richtig oder ich denke mal du packst das lera ich habe vertrauen in dich so hier müssen wir nein muss du musst auf die andere seite runter so hier genau richtig das war korrekt dann daran springen genau das sieht das schon mal eigentlich ganz gut aus ok wir sind drin ah Was war denn das? Ach, okay, das war ein Moment ein Fehler. Ja, okay, er gibt Sinn. Er gibt alles irgendwie Sinn. Ähm, achso, ah, okay. Nicht runterfallen. Hier kommt jetzt irgendein Vieh, ich wetten. Doch nicht, okay. Dann eben nicht. 50 Geheimnisse, da muss man aber echt alles nachgucken. Jede kleinste Lücke muss nachgeschaut werden, das wäre Wahnsinn. Nee. Woppa. Also, was man so auf dem Weg dann findet, kann man ja mitnehmen. Aber ich glaube, hier wäre nur so ein richtiger 100%-Run zu machen. Oh, nee. No chance. Sehr ernst. Ach, ne, warte, geht das? Nee, okay nicht. Jetzt bin ich hier drüben und jetzt? Ich verstehe nicht. Nein, das wollte ich gar nicht. Egal. Ich bin einfach gerade mal am Kopf aus. Was soll ich denn jetzt hier oben? Jetzt bin ich hier oben und dann? Guck mal hier irgendwie weiter. Das sieht für mich auch nicht genau aus. Das sieht für mich auch nicht genau aus. Ich bin hier oben und dann bin ich hier oben und dann bin ich hier oben. Jetzt stehe ich hier wieder vor so einem Rätsel. Wahrscheinlich einfach nur, weil ich wieder dumm bin. Daher einfach was übersehe oder... Ich meine, man muss das irgendwie da runterkriegen. Das ist ja irgendwie klar. Aber wie denn? Bestimmt nicht so. Oder ist es einfach wirklich nur dieses... Das hört ja auch so ein Auf. Hä? Das ist ja nicht mal eingeplant gewesen. Hä? Was soll man denn da machen? Was soll man denn hier machen? So, wir sind jetzt hier reingekommen. Da kommen wir nicht hoch. Hier können wir uns abseilen. Ja, super. Und dann? Ja, super. Und dann? Hä? 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 Also... Ich glaube... Fast... Ich muss mir hier was dazu angucken. Oder bin ich echt einfach nur so blind. Wir schauen uns jetzt mal alles an. So, das muss irgendwie da runter. So, das muss irgendwie da runter. Wenn es zerbricht und wir da runter können, glaube ich. Aber wir kriegen das nicht da runter. Aber wir kriegen das nicht da runter. Es funktioniert also nicht. Wir sollen auch vielleicht gar nicht wirklich da drauf. Und das ist nicht aufgeht, keine Ahnung. Und wir kommen da hinten hoch. Aber das bringt einem auch wieder nix. Miffelheim. Die haben wir... Hat mir sogar, glaube ich, gelesen. Aber ist ja egal. Jetzt. Kann das nicht einfach so kaputt gehen? Die Frage ist, warum kann ich hier hoch? Warum kann ich hier hoch? Aber dann geht es nicht weiter. Aber wird immer wieder angezeigt, dass ich das da hinten benutzen kann. Echt jetzt? Das ist wirklich jetzt doch die Lösung? Ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich mal. Ihr seid doch alles scheiße, ey. Nein! Also ich wusste die Lösung. Ich wusste nur nicht, wie man den Stein darunter kriegt. Toll! Okay. Einfach, ähm, ganz viel ausprobieren ist hier immer die Sache. Immer ganz viel ausprobieren. Wenn man einen Rätsel nicht weiter weiß, ausprobieren. Ich dachte mir so, ja, was macht man jetzt? Dann muss man natürlich, muss man dann eh drücken. So. Tch. Ich fass es nicht. Na man, ich hätte nochmal eh drücken müssen. Dammit. Verdammt. Entschuldigung. Meine Schuld. Meine Schuld. Meine Schuld. Meine Schuld. Schuld. Ob das hier schon gespeichert hatte? Ja. Geht weiter. Nein! Ich hab wieder... Ich hab wieder den falschen Knopf gedrückt, ey. Ach, Mann. Warum ist das so? So, festgehalten. Bläh. Ähm. Okay. Nein, das war falsch. Ja. Toll. Danke. Ja, Mann ey. Äh, immer diese Kletterpassagen hier. Tu dich das genauso wie mir. did'sippes. Du bist nicht so? Vielen Dank.